Für mich ist Wissenschaft eine wesentliche Grundlage unseres Lebens, nicht nur in Deutschland. Aber Wissen bedeutet nicht Sicherheit. Wissen kann sogar verunsichern. Warum? Weil wissenschaftliches Arbeiten in der Bereitschaft besteht, gegenüber der Wirklichkeit offen zu bleiben und deshalb auch liebgewonnene eigene Aussagen über die Wirklichkeit immer wieder neu zu überprüfen. Findet man dabei neue Daten und überraschende Fakten, muss man unter Umständen bisherige Wahrheiten über den Haufen werfen. Wissenschaft ist also ein Prozess, der gerade nicht auf starre Bewahrung, sondern auf Veränderung setzt. Und das ist vielen unheimlich. Und noch etwas kommt hinzu. Wissen macht zwar vieles leichter, manches aber auch schwerer. Stichwort E gleich mc² und die Atombombe. Wissen bedeutet Macht. Und weil Wissen Macht ist, haben die Wissenschaften, ob sie wollen oder nicht, mit den Mächten zu tun, die ihnen die Möglichkeit bieten, zu forschen und Erkenntnisse zu nutzen. Ich glaube, dass demokratische Gesellschaften gute Bildung und eine freie Forschung unbedingt brauchen. Aber gerade deshalb ist es doch notwendig, auch das Verhältnis der Wissenschaften zu Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft kritisch und vor allem wissenschaftlich zu erforschen. Deshalb bin ich für das Wissen und seine Förderung aber nur dann, wenn es erstens auch die sogenannten Geisteswissenschaften mit ins Boot holt. Denn gerade die erforschen ja Bereiche unseres Lebens und Bewusstseins, die in der empirischen Forschung oft nur am Rande, wenn überhaupt, vorkommen. Ethik ist eben keine Disziplin der Physik und kommt in der Physik auch nie vor. Aber wir brauchen sie. Zweitens bin ich für das Wissen, wenn zu diesem Wissen gehört, seine Grenzen zu kennen und anzuerkennen. Und das bedeutet, nicht Wissen einzuräumen. Die Wirklichkeit ist ein unendlich großes Feld, das bislang immer größer war als die Summe unseres Wissens darüber. Es gibt immer wieder Neues zu erforschen. Und weil das so ist, brauchen wir freie, der Gesellschaft gegenüber offene und wirklich interdisziplinär arbeitende Wissenschaften.